Die weißen Keramikimplantate in Verbindung mit vollkeramischen Brücken und Kronen lassen sie wieder unbeschwert lachen. Die Implantate aus dem Hochleistungswerkstoff Zirkonoxid von Swiss Dental Solutions bieten neue ästhetische Möglichkeiten. Der große Vorteil der Keramikimplantate ist, dass sie vollkommen weiß sind. Es ergeben sich keine grauen Ränder, wenn sich mit den Jahren das Zahnfleisch zurückziehen sollte. Die sind biologisch uneingeschränkt verträglich und werden deshalb vor allen Dingen bei Patienten mit Metallunverträglichkeiten eingesetzt. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Labor Dent Design geben wir Ihnen ein Lächeln, das zu Ihnen passt und natürlich aussieht. Seit vielen Jahren schon werden in der Zahnarztpraxis Dr. Merck und Partner die Keramikimplantate von Swiss Dental Solutions erfolgreich verwendet. Untertitelung des Zahnarztpraxis Dr. Merck und Partner